so leute willkommen zum nächsten teil und ich bin ja hier unterwegs mit der lydia und zwar zu diesem zu dieser festung ich habe nur vergessen wer die festung da bewacht talmor oder so irgendwie sowas keine ahnung klingt so nach elfen oder so ich werde mal gucken was mich hier erwartet ist ja noch ein stück wer weiß was uns noch unterwegs begegnet hier oder welche gefahren da noch auf uns lauern werden hier bis jetzt sieht alles ruhig aus ich meine meine achsen nehmen also ich lieber den bogen oder vorne läuft jemand wo ist das wanderer gibt es hier wanderer ich bin unterwegs nach windhelm um mich den sturm mänteln anzuschließen okay das kaiserreich liegt im chaos sie haben die anbetung von talos verboten das habe ich auch nicht verstanden talos bei oblivion war talos eine gottheit wo kaiser septim oder wer das war noch mal der hat selbst in talos angebetet dragon bridge jetzt habe ich keine ahnung oder war da oben überhaupt ich bin hier das ist ja ganz da drüben kann ich nicht irgendwie markieren kommt dann halt nicht auf jeden fall geht es jedoch gerade aus hier lang glaube ich nach oben deswegen weiß ich nicht ob die kaiserliche armee hier überhaupt nur gutes will für das für das volk warum ist talos verboten worden keine ahnung oder war talos der böse in oblivion nee kann nicht sein muss der gute gewesen sein ist das überhaupt richtig ich bewege mich jetzt in richtung dieser straße da oben das sieht mir aus wie eine falle bestimmt banditen da ist eine tote frau wächter von ständer das ist nah genug schwachkopf ok keine gegner für uns junger vampire oh scheiße junger vampire in oblivion gab es doch vampire diese komische vampire krankheit okay ein vampire alter was gibt es ja also vampire naja aber davon brauche ich nichts das den könnte ich nehmen gewicht 1 kann ich entzaubern oh novizen kappe auch nicht schlecht kann ich wie gesagt alles verkaufen oh kaiserliche stahlpanzerhandschuhe die dinge sind natürlich cool die dinge sind cool bekleidung ich habe zurzeit was habe ich denn diese die pelzarm schienen ach gott ne dann sind die da eindeutig besser dann kann ich die pelzarm schienen eigentlich wegwerfen zack okay war es eigentlich gut junger vampire das heißt aber entweder sind hier oder ist hier die festung von denen oder das war einfach nur zufall dass die hier auf dem weg waren weil da oben wird nämlich was angezeigt was könnte das sein da wird irgendwas hier oben angezeigt eine höhe oder so soll ich da jetzt nochmal hingehen oder lieber nicht da ist doch irgendwo ein eingang oder so müsste ganz in der nähe sein hier wolfsschädelhöhle entdeckt das könnte vielleicht der ort der vampire sein ich gehe einfach mal rein kann natürlich auch gefährlich werden jetzt ja deswegen wäre es wahrscheinlich besser wenn ich mit oben unterwegs bin ich liebe das einfach an ob leben oder jetzt hier skyrim dieses erforschen von höhlen und so kram das finde ich geil ist spannend ich habe aber nur 17 pfeile und 10 stahlpfeile habe ich erstmal die stärkeren pfeile hier jetzt mal gucken luki 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 habe ich eine spitzsacke schon im ich glaube nicht jetzt habe ich eine ich hatte glaube ich keine im inventar so hier sind irgendwelche ketten und so muss ich aufpassen dass ich nicht hier so viel krach mache naja aber das eisenerz brauche ich nicht brauche besonderes erz kein eisenerz dieses orgerz da dieses o o irgendwas auf jeden fall name mit o das können ich gebrauchen oh oh da redet jemand ähm ö blasenpilz ne immer müssen sie sich wehren hat er gesagt die opfer oder was wer ist das bandit ein Bandit okay, dann warte ich mal hier, bis er wieder kommt und dann werde ich ihm einfach einen Pfeil in den Kopf jagen erstmal warten er kommt wieder perfekt perfekt, so aber ich treffe mich hier den Kopf, Alter Kopf, 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 so ungefähr so geh zur Akademie naja, war nicht in den Kopf war in die obere Schulter aber, hat geklappt gut, da kommt keiner mehr das heißt der Weg ist frei wenn ich da oben entlang gehe oh, cool da ist noch ein Eingang ah, oh oh hat sie mich entdeckt? nee, hoffentlich nicht, Alter sehr gut oh oh das habe ich mir wohl bloß eingebildet ja, hast du wo ist mein Huskal überhaupt? ich war wahrscheinlich zu schnell unterwegs das hat sie nämlich gehört so, ist da noch jemand da? na, egal, komm okay äh, zurück ich habe keine Ahnung wo die steckt, Alter bin ich jetzt hier unten allein oder was? wo ist die Leiche von dem anderen Typ? ich habe den doch gekillt, Alter wo ist er denn? ganz schön weit weg geflogen hier der Alte Schmuck nehme ich mit klar ähm okay nur irgendwelche Pilze ich weiß nicht, ob ich die Pilze brauche keine Ahnung vielleicht gibt es Pilze, die nur in der Höhle wachsen also in einer Höhle wachsen soll ich dann doch mal alles aufheben keine Ahnung so tut mir leid, Kleine so hier ist noch Kohle gekrillter Lauch äh brauche ich eigentlich gar nichts davon also kein neuer Abschnitt gut ich gehe mal langsam voran werde mich dann beeilen weil ich will die Mission mit dem mit der Festung da noch machen wo der andere Typ festgehalten wird oh, der hat Pfeile für mich ja klar, Alter also Banditengesetzlose, die haben irgendwie mehr HP als die anderen so ein bisschen anstrengender jetzt 15 Eisenpfeile, sehr gut wo ist der andere Typ nochmal? hier gut das war's schon wieder äh da oben ist nix okay oh, ne Truhe das war's schon das kann nicht sein oh, Pelzschild des abnehmenden Blitzes aha auch nicht schlecht aber trotzdem da will ich eigentlich war das schon die Höhle? kann das sein? war das alles, ey das ist ja schade ich dachte jetzt irgendwie kommt so ein so ein Boss oder so ja, das war's schon, Leute schade alles klar naja, naja gut da haben wir mehr Zeit für die Festung ein Bus, Carl da steht's auch rum, Alter ich verarsche, oder was? ich hätte dich gebraucht, du ich bin direkt hinter euch ja, okay das war's schon ja, lass mich mal vorbei, Alter äh äh, hä? wo geht's denn hier wieder raus? hier also Kohle gibt's hier genug hier liegen so viele Waffen rum und so die kann man alle verkaufen so, ich steck das Ding mal wieder weg weiter geht's vielleicht bin ich auch einfach zu schwach für die Talmor kann das auch sein also das ist vielleicht knapp jetzt so dann So, geradeaus noch. Oh, oh. Das wäre eine geile Mission, wenn ich das schaffe, den Typ zu befreien. So, jetzt muss ich erst mal gucken, Alter. Oh, Höhle des Verlorenen. Echoes. Oh, verdammt. Na, ich schaff's aber wahrscheinlich alleine, oder? Ja, okay. Feuermagier, Novize. Schwarzmagie, okay. Was heißt das, dass das eine Höhle voller Feuermagier ist? Ja, komm, die... Oh, da liegt noch einer. Hä? Okay. Eismagier. Feuermagier, Eismagier. Aber den haben wir nicht gekillt, also ich geh mal da oben rein. Könnte interessant werden. Geh ich jetzt einfach mal hier rein. Vielleicht ist so eine... So eine Magier-Gilde, aber ich will da nicht einfach reingehen, die alle killen. Vielleicht, äh... Oh, das sieht cool aus, Alter. Wie das leuchtet. Leuchtpilze. Alter, sieht's hier aus. Zum Glück ist das nicht, äh... Gift, Alter. Giftiges Gas, das wär was, ja. Ähm. Das war's schon wieder? Ne, dahin geht's weiter. Oh, das sieht riesig aus. Langsam schauen, hier. Erstmal gucken. Ich steige, welche Gegner sehe. Steht da einer? Ich glaub, da steht einer hier, oder? Ne. Oder? Äh, doch, das könnte einer sein. Dann, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Oder? Das ist doch jemand. Oder? Alter. Ne, das sind... Hä? Entdeckt? Ja, von wem, Alter? Das sind doch, äh... Urnen oder so, so Gefäße. Also, ich sehe hier keinen rumstehen. Deswegen, also... War ich gerade etwas irritiert. Hä? Untoter vielleicht? Eisenstiefel brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Leinentuch, altes Buch lesen. Ein mächtiger Fürst verdient eine mächtige Opfergabe. Aber jener, der an diesem Ort... Naja, gut, okay. Äh... Ich überfliege das jetzt mal kurz. Betrachter, bla bla bla. Äh... Denn wie mächtig hier... Äh... Wir kehren zu der Erde zurück, auf der dieser Pilz sprießt. Hm. Vielleicht muss ich aber auch mit, Alter. Keine Ahnung. Ah! Das war einhändig, aber okay. Ja, ich brauche hier von dem Zeug überhaupt nichts. Aber da stand, äh... Es fehlt die richtige Zutat. Oh. Was heißt das jetzt? Muss ich beide Sachen entfachen? Und dann geht wahrscheinlich hier irgendwie eine Tür auf? Kann das sein? Das sieht aus wie eine Tür hier. Äh... Ne, brauche ich nicht. Ja, wie tue ich das jetzt hier aktivieren? Brauche ich Kohle, Holzkohle oder Holz? Die richtige Zutat. Ja, schön. Keine Ahnung, was da fehlt. Pilze vielleicht? Weil da stand irgendwas mit Pilze in dem Buch. Vielleicht muss ich Pilze verbrennen. Ha! Tatsächlich. Oh yeah, Baby. Geil. Schöne Geheimnisse, Alter. Mächtiger Krieger. Vielleicht ein Untoter oder so. Ein Trauger. Trauger, oder wie die heißen. Oh. Oh, oh. Alter, wer ist das? Was ist das für ein Vieh, Alter? Holler. Halter Schwede. Alter Schwede. ich glaube mit mit so einer achs bin ich besser bedient jetzt ist er schon tot einer ohr magisches leichentuch Die Fallmeer. Waren die nicht schon bei Bolivien dabei? Ich glaube, bei Bolivien waren die auch dabei. Die waren doch in dieser alten Zwergen Festung. Ah, okay. Aber eigentlich sind die wahrscheinlich friedlich, weil ich trinke ja in deren Reich ein. Ich habe die noch nie draußen auf der Straße gesehen oder so. Alter, die sind ganz schön ruck. Das frage ich euch. Oh, älter. Oh, die machen mich glatt, Leute. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Könnte ich theoretischerweise nehmen. Oder bräuchte ich ein kurzes Schwert oder so. Aber erst mal warten, bis ich hier wieder fit bin, ey. Das dauert viel zu lange. Neue Stufe. Gucken wir mal. Gesundheit wäre nicht schlecht. Das war's schon, oder was? Wiederherstellung, Zerstörung, Illusion, Alchemie, Redekunst. Komm, ich war mal Redekunst, Alter. Was soll's? Verkaufspreise. Ja, komm. Bring mir jetzt zwar im Kampf nix, aber egal. So. Was suche ich hier überhaupt? Keine Ahnung, Alter. Was suche ich bei den Fuzzis da? Okay. Ich glaube, ich muss die campen lassen, Alter. Das ist, äh, ein bisschen einfacher. Oh. Oh, ich bin gleich tot, Alter. Haha, ich bin tot, Alter. Ich bin tot. Tot, 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 tot. Und jetzt? Fange ich wieder von vorne an? Ja, komm. Ich gebe raus, weil das ist mir dann zu schwer. Das war mir echt zu schwer jetzt. So. Ha, wenn die mich so einfach getötet haben, dann werden die Talmor mich wahrscheinlich auch locker töten. Ich hätte wahrscheinlich doch die Hilfe, von dem anderen Typ annehmen sollen. Äh. Ist das die Festung? Nee, kann nicht sein. Nee. Ich muss hier hoch. Ja, bin eindeutig zu schwach. So. Tun wir nochmal die... Was habe ich eigentlich für eine... Leichtere oder schwere Rüstung? Habe ich ja... Oder so gemischt, glaube ich. Mach mal nochmal Schießkoste. So. 40% mehr Schaden. Oh, scheiße. Äh. Ist das ein schwarzer Wolf? Was war das hier? Die hat auch einen Bogen. Wusste ich gar nicht. Oh, oh. Oh, verdammt. Hä, was? Wer? Noch einer da? Ah, Bandit. Okay, es klingt aber wie ein Ork. So ein bisschen so. Äh. Kann ich das auch irgendwie abbrechen? Ja, so. Gut. Pfeile. Nichts Pfeile, ne? Egal, komm. Ach, da ist er. Seht mir aus wie ein Ork, Alter. Oh, Alter. Okay, das war's. War's noch einer? Wo? Ah, hier. Banditen sind voll einfach zu killen. Aber wie gesagt, diese Fallmeer, Alter. Das war schon... ...nummer größer hier. So. Ah, Eisenpfeil hattest du noch. Ah, gut. Ja. Also ist hier ein Banditenlager irgendwo in der Nähe oder was? Gold. 16 Eisenpfeile. Sehr schön. Hier ist die Ziege. Ja. Oder waren das einfach nur Banditen, die da hier den Pass bewacht haben? Leute überfallen wollten. So. Äh, ist das die Burg? Das... Ne, das ist nicht die Burg. Aber die ist ganz in der Nähe. Hä? Äh... Warte mal. Oh, da unten. Wirklich so weit. Boah, Junge. Halten wir den so weit... ...von der Stadt, äh... ...gefangen, ey. Krass. Das wird eine Herausforderung. Wir haben... Okay. Ich spiele jetzt eine halbe Stunde. Das reicht aber noch. Nur eine Viertelstunde Action. Hier ist noch eine Höhle? Oder was ist hier? Reifel? Was? Alter, wie? Ach, da unten, Alter. Ja, wie komme ich jetzt hier runter? Das ist ja doof, Alter. Ich kann hier vielleicht drauf... Warte mal. Äh... Ich will da in die Höhle gehen. Warte mal. Ich speichere mal ab, Leute. Ich will da in die Höhle gehen. Einfach mal hier runterhubsen. Komm. Ob ich, kommt der Huskal auch mit? Naja, die sucht sich natürlich einen anderen Weg jetzt. Ja, so kann man natürlich auch hinkommen. Ich denke mal, die Höhle da irgendwie ist bestimmt dafür da, dass man da irgendwie leichter hier hinkommt. Weiß nicht. Oh oh. Ja. Keine Ahnung, wie die jetzt zu mir kommen will. 47 Eisenpfeile. Auch nicht schlecht. Oh. So. Ja, wenn ich die jetzt überfalle, Alter. Und das kommt raus. Dann habe ich bei der kaiserlichen Armee keine guten Karten. Frag ich euch. Kann ich da irgendwie drauf? So ein bisschen bescheißen. So. Okay. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen warten, ob die Dame zu mir kommt. Leider. Hoffentlich kommt die jetzt zu mir. Mal so eine Minute warten. Wenn nicht, dann ist echt ein Problem da. Nee, ich glaube, die kommt nicht hierher. Ja. Nee, ich glaube, die kommt nicht. Nee, die kommt nicht. Leichen. Nehme ich mal so. Oh, das sind noch mehrere Wachen, Alter. Scheiße. Äh. Huskal, Huskal. Keine Ahnung. Nicht da. Ich vermute mal, dass der Zugang irgendwie zur Höhle irgendwo da unten ist. Ja. Scheiße. Naja, egal. Alter, der hat ja kaum was abgezogen bekommen. Ist er tot? Ah, er ist tot. Geißer, vorbei. Na ja, eine Wache haben wir schon mal. Den zweiten haben wir auch noch platt. Ja. Muss ja natürlich hier hochlaufen. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viel in der Festung drin sind, Alter. Ah, der läuft weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, natürlich cool. Ja, ein Schuss, dann müsste der auch weg sein. Nehme ich mal an. Bleib stehen, Junge. Kommt, hier. Zack. Ja, der ist auch tot. Sonst noch einer. Ganz hinten habe ich noch einen gesehen. Aber der ist zu weit weg. Und mein Huskal ist immer noch nicht da. Da hinten läuft der andere. Tja, jetzt bin ich alleine auf mich gestellt, Alter. Verdammt. Und das schaffe ich nicht. Das weiß ich jetzt schon. In die Festung reinzugehen. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Okay. Da steht einer. Wie komme ich denn am besten wieder da hoch? Hm. Ich will jetzt mal gucken, was er bei sich hat. Oh, cool. Leichte Elfen. Ey, geil. Das ist eine neue Rüstung für mich. Kann ich die Pfeile noch aufheben? Ne. Okay. Ziehe ich die vielleicht an jetzt? Fragfähigkeit ist natürlich besser, ne? 13 Stahlpanzerhandschuhe, leichter Helm, Rüstung 8. Naja, ist viel schwächer. Ähm, was haben wir denn hier? Zeig mal her. Hier, Stahlkarten, äh, Stahlkettenpanzerhemd. Schwerrüstung, aber 34 Rüstung. Die Elfenrüstung hat 28. Hm. Ich weiß nicht, Leute. Das Ding ist viel mehr wert. Ne, komm. Ich glaube, ich schmeiß die, die, die Elfen-Sachen wieder weg. Der Helm sieht aber cool aus. Ich glaube, ich nehme den Helm. So. Alles andere kann ich behalten. So. Gescheitert. Achso. Finde einen Weg. Äh. Hat er mich gesehen? Gehe ich lieber mal weg hier. Da haue ich lieber mal ab. Wenn der die Leichen entdeckt, alter. Mann, ich brauche meine Gehilfchen, ey. Verdammt. Ich kann natürlich noch mal gucken, wegen der Höhle. Weil die ist dann, glaube ich, automatisch bei mir. Das ist blöd, ey. Ich glaube, in dieser Folge werde ich doch nicht fertig. Ähm. Ich gehe mal hier lang. Das ist zu steil. Ah. Okay. Alter, hier ist kein Eingang. Ich gehe mal hier hoch. Naja, das war es schon wieder, oder? Ja. Verdammt. Äh. Ich könnte natürlich schnell reisen, aber... Guck mal, kann ich hier auch hin schnell reisen? Das funktioniert vielleicht. Warte mal. Ich gehe mal noch mal... ...hier hin. Bist du wieder bei mir? Ja. Perfekt. Gut. So, jetzt reisen wir zusammen zur Festung. Wieso habe ich es nicht gleich so gemacht, Mann? Und schon sind wir hier. Perfekt. Was, noch jemand da? Wo bist du? Du Sack. Da oben. Okay. Kann ich hierbleiben, oder? Ach, komm, Mann. Scheiß drauf. Oh, wir sind zwei, Alter. Verdammt. Alter, wo kommen die überall her jetzt? Ich werde euer absehentliches Leben beenden. Was, die ist tot? Alter, mein Huskal ist tot, oder was? So, kommst du hier rein? Nee, kommst du nicht hier rein. Oh, sie ist wieder am Leben. Ach so. Die wird nur geschwächt und dann geht es weiter, oder was? Wo läuft der hin, Alter, der Idiot? So, gleich ist er tot. So. Nee, der ist geschwächt, Alter. Egal. Platt machen. Keine Gefahr mehr dann. Hoffentlich kommt das nicht raus, wie gesagt. Also, wenn die wissen, dass ich das war, dann... ...habe ich keine guten Karten. Boah, 20 Pfeile schon. Ach so, scheiße. Äh, warte mal. 20 Pfeile schon verschwendet. Kann ich der eigentlich auch Klamotten geben, oder? Bin immer noch da. Ah, Dinge tauschen. Geht ihr voran. Aber die Rüstung ist zu schwach. Ey, cool. Dann kann ich der auch, äh... Was hatten die für eine Waffe nochmal? Kann ich der auch irgendwelche... ...Waffen und so Zeugs geben? Alter, ich weiß nicht, wo die her... Die habe ich vorher nie gesehen. Die sind plötzlich aufgetaucht. Wer war denn das jetzt schon wieder? Ach so, da oben der. Bleib stehen, du Penner. Das habe ich nicht mehr, Alter. Der ist gleich tot. So, perfekt. Alle, treff mal. Was ist los? Wo ist er jetzt? Okay, lassen wir das mal. 16 Eisenpfeile, auch nicht schlecht. Okay. Okay. Nice. Viele Pfeile habe ich wieder hier. Aber wie gesagt, wir müssen erst nochmal... Was ist jetzt los, Alter? Wieso kann ich den nicht nehmen? Hallo? Wieso hebt er den nicht auf? Was ist denn der? Da oben irgendwo? Hm, eine Schmiede... Ich bin... Was ist das, Alter? Da, was ist das, Alter? Ich bin alle, da oben in der Hand gehen... the Olden, der Hand gehen soll, dann nehmert... die heed nach... diehaut... 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 diehaut fühlen, dann... gut von außen alles blatt gemacht jetzt müssen wir reingehen und ich will nicht wissen wie viele wachen noch in der festung sind ich habe jetzt schon dreiviertel stunde leute das heißt ich muss jetzt wieder beenden leider würde ich gerne weiter spielen für mich auch aber ich muss den cut machen oder welch mal vor den eingang gehen und das spiel abspeichern okay leute dann sehen wir uns im nächsten teil und mal gucken was wir da drin finden werden also bis zum nächsten teil